Nein, ich will keinen Rand. Doch? Nein, nein. Also du willst jetzt zum Raven gehen? Ja. Passt du mich da mal an? Das sollte passen. Perfekt, man. Danke. Oh nein, jetzt haben wir eine Kaiserdrange. Was kann ein Braum? Weiß ich, ja. Was ist eigentlich, wie findet ihr eigentlich die Pyjama-Gradien? Alle Kacke. Mic top. Move in speed! Scheiß, ich bin alleine. Jetzt bist du tot. Legends never die. Also auch jetzt will ich deine Ruhe. Ich spiel dir den jetzt. Wie ist es meintest du, du bist so vital? Wie ist es meintest du, creepy? Wie ist es meintest du, creepy? Von frax, von frax, von frax, ich hätte bei frax, creepy. Boah, jetzt. Ich dachte, es wäre clean. Ja, ich dachte, es wäre clean. Wie ist es? Ich möchte es ja die lustigste Ruhe. Ja, die nehme ich eben auf der Liste. Guck mir denn keine mit. Warum hast du mich nicht geschickt? Du wirst zu weit finden als Maul. Warum hältst du ja nichts? Ich bin Draven. Ach, das heißt, du brauchst keinen Support. Okay, ich geh top hell. Oh cool. Toll. Soll ich dir was zeigen? Ach man, dieser Udi, ja. Du kannst den Top-Sight invaden. Mach doch nicht deine Wulffs. Wenn er gerade vor clean ist. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich hab sogar gesagt. Oder hab ich? Oder hab ich? Ja, hast du eh. Deswegen ja. Wieso bist du Level 3? Weil ich 8 habe und den Dingens nicht hatte. Sieben Jahre lang? Ich bin schon. Danke. Ich hab dich übrigens grad nicht gesehen. Also, es war eigentlich eine Überraschung, dass du da warst. Ja, trotzdem. Hat mich ein bisschen wieder hochgebracht. Also, danke. Hab dich lieb. Ich sag dazu dann mal nix, ne? Ja, schon deine Freundin ist ja ja. Ja, du weißt, wenn... Wenn nicht, dann... Weißt du, ne? Ich komme. Wieso... Wieso hast du überhaupt deine Wege ins Geld? Ich hab's jetzt so getanet. Was ist dran? Ich bin der Rode auf der Schocke. Oh, okay, nein. Ich bin der Rode auf der Schocke. Ich bin der Rode auf der Schocke. Jetzt... ich mag einen mit einer auto du bist tot scheiß ich hab ein bisschen verloren wie hat das mit getroffen sieht aus als müsste müsste ich das kam greift dich zu einem an du hast null movement speed ne ich wurde ja gestumpt was ist das für ein unfaires shampoo dir nice flash man es sind die copyouts games easy die 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 die